Ich kann gar nicht hingucken, man. Brasilien. Stürmer. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott! Oh mein 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 Gott, Jungs! Komm, gute Flagge! Jalla Heide! Brasilien! Stürmer! Willst du mich verarschen? Das ist nicht wahr! Alter! Was ist denn hier los? Hä? Jungs, ich hab das ganze Game durchgespielt, Jungs! WTF was ist mit dem Account? Wenn der an geht euch auf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hurra! Ich glaub, ich skippte die Übungen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was war das denn, Alter? coole Trip! Chat! Bitte Clip das! Bitte! Clip das! Oh mein Gott! Mit dem Tor! Eine Minute, 37 Sekunden später. Italien verteilt... Hab ich mal... Ich hab Valdine gezogen! Digger, träum ich! Jungs, aufwachen! Ich hab Valdine gezogen, Chat! Ey, was ist das? Was ist das? Die Trophäe. Was? 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 Ja, wo? Alles klar. Der macht eh gleich das Tor. Und dann... Was? Ey... Was? Wo bedeutet er denn? Da kurz... Hä? Wo ist das denn Elfmeter? Wo? Wer ist das? Wer ist das? Kimmich! Let's fucking go! Oh, Neuer! Oh! Oh mein Gott! Bruder! Oh! Alter! Ey, Wallah! Der hat doch dieselbe Nase wie Kimmich, Digga! Du, was ist das? 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 Oh mein Gott! Hahaha! Englisch lernen mit FIFA Streamer. Um, but it's just in May. Normally I start from 8. I stream from 8 to 12. And then in the, in the, in the mid-act. From, from 15 to 18 o'clock. Yeah, I'm sorry, but I will also win. Yeah, but you are correct. You are not beliding me. Das wird der dickste Pull in FIFA 21. Das wird der dickste Pull in FIFA 21. Alles nur wegen Suarez. Alles nur wegen Suarez. Ah! Ah, ich hab mir den Gaumen, glaub ich, aufgerissen. Hm, meine Haut ist abgepellt. Junge Mann! Oh, Alter, ist so dreckig. Aber bei ihm klappt alles, bei ihm klappt alles, ne? Bei ihm klappt alles, wie man das merkt. Die andere rein. Niel, zu stark. Oh, nee. Jawohl, abseits. Oh, nee. Junge, ey, Charavi, er macht immer ein Tor, wenn er eingewechselt wird. Immer. Ey, so gut. Guckt. Tor! Tor! Ey, geklippt aus Chat, bitte. Lohnt sich der 85 plus Bundesliga-Player-Pick? Hier seht ihr es. Zauberfinger, wie mein Bruder sagen würde. Warm. Lass gut sein. Das ist ja praktisch. Gute Investition. So geil. Wo ist er los? Und da gehen wir ganz schnell raus aus dem Spiel. R3-Pick heute. Ich mach's auf. R3 ist gedrückt. Ich drück nochmal R3 sicherheitshalber. Es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Ich bin so los und er ist auch noch Hummels. katz. Mhahaha. Ich bin der schlechteste Streamer überhaupt! Oh maaannnnnnnnnn. Ich drück hier ganz unauffällig die Tasten. Mann! Diese Scheiß Game, Junge. So ne Wut in mir. Es verarscht mich das ganze Jahr! Wer gönnt? Das ist 28 Meter, muss ich nicht verarschen. Aktuell sind wir gerade am marschieren, so ein bisschen. Die ersten drei Games alle quitt, glaube ich. Oder war erstes Game quitt? Ich weiß nicht. Leggisch. Noch mal bitte. Nee, nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also das musst du bei FIFA Deutschland schicken. El Golo, El Golo. Oh, kann ich dir aber nicht übel nehmen? Oh fuck, ich habe es so verkackt. Oh, oh mein Gott. Clip des, Spacey Clip des Pope. Ich habe es so verkackt. Oh mein Gott, Pope, was hat er gemacht? Die Ecke kommt rein. Oh, er hat den Ball, aber viel Platz hat er da nicht. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020